Was wollt ihr denn sehen? Geiler Service! Das ist geil! Aber haben wir die Hubschrauber gehabt? So ein geiler Fuß! So ein geiler Fuß! Von 15 bis 19, was glaubt das? 15 bis 19, was glaubt das? Optimale Geschichten! Habt man grad gesagt! Normalerweise gehen wir in den Hubschrauber fliegen oder? Ja, ja, ja. So was noch? Obstleppdienst! Obstleppdienst! Mein Auto wird nicht heil! Du hast den Opa, sag! Ich wackel Opa! Ja, was? Was ist denn jetzt rein? Der gefällt, ey! Wir haben Zuckerstag! Die Kamera ist auch schon gut! Zup!